Ach, morgen wird's deaktiviert, sehe ich gerade. Also es ist wirklich zwangsläufig jetzt das letzte Mal Warzone 1. Morgen gehen die Server offline. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu meinem letzten Video zu Warzone 1 Caldera. Die Server gehen offline. Wir werden jetzt nochmal reingehen. Ich hab Bock auf eine letzte Session. Es war nämlich auch eigentlich ganz geil, aber lange ist es her. Sag mal ne Klasse. Ne Klasse, Bro, die Klassen, die ich gespielt hab, als ich das letzte Mal Warzone gespielt hab. Bro, die sind immer noch gut. Und AMP ist geil, die, die, was sie noch für sie überhaupt spielen. Keine Ahnung, Digga, das frag ich ja gerade. Was ist denn Chat, äh Chat, was ist Meta? Wann kommt eigentlich X-Defined raus? X-Defined Ende September, Anfang, Mitte Oktober. Wenn Ende September alles green ist, also alles funktioniert, dann kommt's Ende September. Und wenn sie noch kleine Kleinigkeiten ändern müssen nach dem größten Test, ja, dann Anfang Oktober. Lol. Einen Monat vor COD, also eigentlich perfekt für uns. Ja, eigentlich schon. Basti, Freitag, FIFA. FIFA? Die Leute spielen auch jetzt schon. Du wolltest sie doch auch holen, FIFA. Digga, ich schnau mir wieder von dir. Nein. Digga, John Level 30. Digga. Boah, ist das eklig, wie ich angeschossen wurde. Boah, das ist ja so verschwitzt. Pane. Das ist wirklich heute der letzte Tag? Ja. Bin Loser, bin Loser, bin Loser. Ich seh ihn nicht mehr. Hinter mir anvisiert. Oh, Raketenwerfer bei der Fresse. Am Laudert, am Laudert, am Laudert. Digga, ich hab einen Raketenwerfer geholt, ich fass es nicht. Und von oben kommt der. Ja. Wo hockt der? Silver Brack? Mit Raketenwerfer. Ich fass es nicht. Sniper direkt am Laudert, rechts vorm Haus, rechts von der Steine. Was ist das? Ja, ja. Hockt da im Headlitch. Ist noch einer, hab einen. Boah, das Killgefühl ist jetzt so viel geiler als in Warzone 2. Ja, rechts am Laudert war immer noch der andere. Nein, 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 ist hier drin, der Huren bängelt. Sie hat niemanden. Sie sind unten im Bunker, ich höre die Steps unter mir. Wo ist Bunker? Hier ist der Eingang. Ja, ich weiß auch. Und One Shot. Ah, ne, unten. Ja. Ich hab keine Platten. Hab keine Platten. S-Mick, hast du ihn stark? Ja, er wird von irgendeinem Berg angeschossen. Ja, Bro, woher wusste er das? Legendary TTV. Tschüssi. Oh Mann, die kleinen B***ten Kinder. Svety Tormann. Jockel John bist du. Ja, der Boss. Hier, bei dir oben. Hier auf der Tappe. Weak. Oh, mein Game geht nicht. Let's go. Ich war noch nie in diesem Ort. Noch nie in meinem ganzen Leben war ich in diesem Ort. Ja, ja, sie landen hier. Ich hab keinen gesehen. Land bei dem Haus, bei dem Haus, bei dem Haus, bei dem Haus. Beim Shop, beim Shop. Beim Shop sind sie. Ich komme. Warte hier, ich aim hier ab. Linke Seite. Sweep. Hab ihr ihn angeschossen? Ja, ich hab ihn angeschossen. Da holen die jetzt nur einer, ne? Digga, ist 100 Euro fehlen. Ich f*** mein Leben. Ich seh nichts auf dem. Ne, ich schwör, ich seh nichts. Das Gameplay, das Movement ist so viel leckerer als Warsons 2. Aber man sieht nichts. Stunt, 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 Stunt. Hab ihn, hab ihn. Noch einer. Ne, geht hinter dir. Wow. Let's go. Wer hat jetzt reinmogen? Wow, John rennt so gierig rein. Vollstisch. Onkel John. Ist er in der Luft, Carlo? Ja, ne? Das ist vor mir. Bonnie. Ja, Mann. Der sagt down und jetzt. Good one. Scheiße. Kommen wir, John? Wo genau? Ich bin Stunt selber. Hier, hier. Weil ich der Uhr wird nennen. Nice. Let's go, Jungs. Let's go. 4 Steps. Unter mir. Ja, ja, Maus, 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 Maus. Sheetbreak, der Hut. Ach, Schmutz, Digga. Mann, zu gierig gewesen. Ich nehm mal jetzt hier die absolute OG-Meter. LC10 und Amex. Das ist nicht OG. MP5 wäre OG. Aber LC10 und Amex ist auch OG, Digga. Das ist Cold War schon. Hier, Sanna, hier, Sanna. Oh, ich, ich. Läuft nach links. Wenn ich in die Strecke bin ich im Hurenbengel. Du bist tot, Digga. Ich seh nichts. Krieg hinter dir, was du nicht? Ja, ich bin tot. Ja, bin One-Shot. Na, weiter geht's. Ach, Digga. Weiter, mal weiter. Ich seh nicht mal. Ich seh auch einen Gulag. Selbst einen Gulag seh ich nicht. Ja. Ganz, ganz viel. Du lachst schnell Waffen holen und attackieren. Und dieser Pointer direkt auf die Stirn. Ich kann mir keine Platten geben, Jungs. Ich hype euch volle Platten. Er hasst so sein Leben, Alter, wie ich ihm gefolgt bin. Ja, er... Mann! Der Boss! Der Boss! Er hat sich hochgezogen. Hab ihn. Ist der Beste, John? Hat er runtergesprungen? Marvin? Er hat sich self-rest. Er hat sich self-rest. Er hat eine Mutter geknallt. Let's go! Wichtig und richtig! Ein Cluster. Ich höre ihn einfach mal raus. Cluster kommt. Er ist unten. Marvin? Ja. Noch tiefer. Nicht so tief. Ja, ich bin runterge... Ach, Digga. Ich bin runtergefallen, Jungs. Ich dachte, das war lebig. Einer landet hier. Ach, ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Ohohoho! Kling die? Kommt wieder. Kommt wieder. Aus hin? Cheerbreak. Money? Ja, ich brez sie. Ich brez sie. Es slipt sich noch einer über mich. Das ist ein Ziel für einen Luftschlag. Anfrage erhalten. Cluster-Schlager gut. Der Boss. War sein Boss-Play. War sein Boss-Play. Noch einer ist oben. Diesen Top-Ding. Top-Peak. Nein! Schick ist sogar, lol. Einer ist gleich unten drin. Klasse. Oh Gott, Jungs, wird gejagt. Lass sie weg, lass sie, Basti. Ja, aber wir sind Gegner. Direkt in der Top-Haus sind Gegner. Wir sind im Top-Haus. Wir sind im Top-Haus. Hängen auch noch Gegner. Wollen wir pushen? Die kommen von links. Von links kommt einer, Jungs. Ja, life check. Und einer ist unten im Haus drin. Okay, ich komme zurück. Die tapen, die tapen. Er ist sie-crack. Er ist sie-crack. Noch einer, noch einer. Nein, 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 nein. Die Platten kauft nicht und dodge direkt, okay? Wir sind hier. Der eine ist Shit-Break auf grün. Stark. Stark, April. Die pushen, die pushen, Basti, die pushen. Basti, die pushen, die pushen. Top, 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 one shot. Richtig, lustig, lustig. Wo ist die Platten? Schick. Wie viele waren das, Karl? Weißt du das? Ah, vom Berg, vom Berg, vom Berg. Ja, ohne Wissers-Gott. Ich habe einen Highground, lass weg, einfach weg. Einer landet auf dem und holt mich. Vor dir irgendwo, vor dir, vor dir John. Ja, ja, hier in den Ruinen, auf grün. Die gehen dahinten. Ich raste aus. Ich habe halt größte Bastard-Waffen. Ich habe auch Bastard-Waffen. Na ja, die auch nicht. Gibt ja eine. Weiter geht, weiter geht. Die pushen, die pushen, sind in Ordnung. Erst draußen. Na, dicker Mann, deine Mutter ist... Edgar Cut, ja, die Deutschen, dicker. Ist das widerlich, alter. Ja, ja, Bro, du bist so cool mit Edgar Cut-Namen. Ich habe so laut geschehen, mit komplett Fenster auf Deck. Aber deine Mutter ist eine Hunde. Mama! Du bist ein Dangerous-Nelope, Mama! Dangerous-Nelope, Mama! Ha, 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 ha! Vor mir, Gegner! Still-Track! One-E, one-E, one-E. Noch ein anderer, noch ein anderer, noch ein anderer. Ich dodge erstmal. Ja, mach. Du musst dodgen. Alles klar. Go. Nice. Go. Let's go. Kickst du mich, wenn ich zu dir droppe? Ja. Ich bin fast tot. Nein, 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 wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es müssen Hacker sein, AKW, die mich geballert haben. Genau, am Ende sind es immer die Hacker. Edgar Cut, let's go! Edgar Cut, let's go! Digga, was ist das? Wusstest du, dass derjenige, der den Edgar Cut macht, in der Schweiz, dass das einfach einer aus der COD-Szene ist? Nein. Claw over scuff heißt der. Nee, was zur Hölle? Ich schuhe auf alles. Was ist das? Geballert! Auto, alles hier. Ich pushe jetzt. Need help, bin tot. Da vorne ist One-Shot-Up-Shot, glaube ich. Die haben den von hinten angeschossen. Nice. Auto? Ja, in dem Haus vorne sind wir auch noch welche. Achso. Du kannst kaufen, ja. Ja, Digga, wie soll ich da hin? Ich muss nur einmal kurz um das kleine Häuser rum. Boah! Maker. Ich seh auch gerade keinen im Haus. Oh mein Gott, Sniper. Links von mir, Sniper. Nice, let's go! Noch einer vor mir? Hast du Platten? Nee. Nix markiert, wir müssen ihn looten, Bro. Ich glaub, da hinten kommt der jetzt gleich. Ja. Mhm. Schicke, keiner. Hinterm Baum. Hab einen, hab einen, ab einen. Der ist K.O. Hier hinten. Ommi, ommi, ommi. Nächster hier. Ommi, ommi, hier. Holen die, holen die. Hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir auf einmal. Nein! Yipp doch, dicker. Carlos ist so am Tanzen. Ja. Ich push ein, weil ich Psychopath bin. Keine Platten haben. Den zweiten hier. Ich bin schon wieder Split. Ich bin der Überleck, dass ich für den einen K. ihn pushe. Er ist gestorben. Von der Richtung John, pass auf. Bei mir ist on me, on me, on me, on me, one shot. Oh mein Gott. Einer ist hier unten. Er geht ins Auto. Nicht. Er ist der Call. Wenn jemand den Kill klaut, bin ich sauer. Wichser. Der war so ein NPC. Oh me. Ich hab keinen Bock mehr. Wo? Ich glaube, 100 Jahre dafür, dass er unter mir so langs liegt. So langs liegt mit Geist, der Hurensohn. Wollen wir ihn unter uns? Ja, ich werde gestunt. Wir sind zwei unter uns. Wo bist du? Oh mein Gott. Ja, gestunt, Digga. Ich schwör, was ist das für ein Bastardspiel, ey. Einer ist Shitbreak. Unter dir. Der andere ist weak. Es sind drei, es sind drei. Links da auch noch einer. Hab einen. Der andere ist Shitbreak, der andere ist weak. Shitbreak. Beide. Call and snipe. Knock. Hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Er hat sich geliebt, er hat sich geliebt. Oh, ich bin nervös, ich bin in der Welt. Was geht ab? Was geht ab? Was ist abgegangen? Was ist passiert? Alles gut. Was ist passiert? Alle tot, Digga. Ich bin in der Bestspiel der Welt. Ich hab einen Colette-Snipe gehittet. Ich hab, äh, ja. Digga, hä? Hä? Niemand anderes schießt aber auch auf mich. Hm, ich kann mir helfen. Wir sind drei, Leute. Einer, einer One-Shot. Muss du auch dodgen? Rein. Muss kurz dodgen. Muss kurz dodgen. Stark. Im Zelt ist einer weak gewesen, aber ich muss dodgen. Präzi, Präzi, weg, weg, weg. So, Präzi. Wir müssen dodgen, wir müssen dodgen. Wir müssen dodgen. Der Präzi. Carlos, wir können dir sandwichen, ne? Er pusht mich, er pusht mich, er ist a One-Shot. Mann, 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 Mann! Basti! Ruh mich hoch! Schill, 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 schill! No! Ist das ein Bastard, Digga. Ach du Scheiße, ey. Ach du Kacke. Ich kann mich so erinnern, als der Trailer für die ERA kam mit diesen ganzen geilen Sachen. Das sah so cool aus. Und John so, boah, ich hab so Bock da schwimmen zu gehen. So cool sah das aus, Digga. Und keiner wusste, dass es so eine riesige Drecks-Bastard-Map wird. Zwei Leute, ja. Ja, Digga. Mitte. Push dich. Ich bin der Wirt, aber er ist noch schlechter. Digga, ganze Haus. Zerstör doch ganze Haus, du Arschloch, Alter! Nicht alleine, aber... Hier kommt einer rein! Uncle John. Hä? Einer Nock, hier. Von Ubel's One-Shot, von Ubel's One-Shot, von Ubel's One-Shot. Weißt du, wo, weißt du, wo? Beide da, Shipwreck, der eine. Ich hab nur einen. Nein! Ich bin schlecht. Ich bin schlecht! Überhämmer aufm Hell is weak. Wo? Da läuft der. Shield break, shield break. Push ihn, push ihn. Er ist direkt hinter dem Hügel. Er wird sich wieder Platten gegeben haben sollen, hier irgendwo unten sein. Der andere ist aufm Hell oben, ne? Hier. Da. Bis dahin. Hier rein gerannt. Ach, Digga. Von hinten noch, von hinten noch. Einer landet über euch! Ja. Ganz close, ganz close. Markiert. Warni, Warni, Warni! Hinter dir noch. Von allen Seiten, von allen Seiten. Der safet sich, der safet sich. Ja. An drei Teams oder so. Ach, Digga, was ist der denn für einer? Aber ja, Leute, wer aus Berlin ist, kann zu einer Party kommen. Wirklich? Ja? Warte auf! Ja? Digga. Das wäre doch so lustig. Sag doch die Adresse dann. Letzte Runde. Egal wie sie endet, wenn ich jetzt direkt sterbe, ich bin sofort auf. Der eine hier. Einer ist runter. Hinter dir, hinter dir. Ja, er war tot. Schade da. Digga, manche waren so gut. Ja, tot. Leute haben so 70 Käse mitgemacht. Ey, ich sag ganz ehrlich, Warzone 1 war geil. Caldera kann mir eine lutschen. Ich werd's nicht vermissen. Jetzt hab ich's gesagt. Ich werd's nicht vermissen. Wenn ich mal Gulag verliere, bin ich der offizielle Knecht. Aber ich hab Geld. Ich glaub nicht. Mein Gegner war so schlecht. Ich push jetzt aber erstmal den Typen im Auto, Digga. John. Das geht nicht gut. Wo ist der John? Oh, das geht gut. Er meinte, ich hab nichts gesagt. Oh, oh. Überfahren, 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 überfahren. Er hat mich überfahren. Oh. Klick nicht raus. Klick nicht raus. Klick nicht raus. Du. John Benge, Alter. Vor mich einer. Ich fliege. Hier ist halb deiner. Ja, snap. Wo? Auf Grün? Ja. Ja, hab's raus. Nein! Habe ihn. Fass mich jemand an, Alter. Ja, wie redest du, Lack? Hab die Faxen dicke. War Windcoop war das? Was war Windcoop? Ich hab Windcoop geholt. Ich hab Windcoop geholt. Ja? Der hat mich gesnipet, der Hund, Alter. Klipp das bitte. Klipp das bitte. Das heißt, es ist auch Salas in der Lobby mit uns. Spielen die zusammen? Die spielen mit Windcoop. Spielt mit Diki, Stylus und Phil. Nein. Nein. Oh, das sind ja solche Öler. Oh, je. Oh, je. Wir haben Stylus gewiped mit dem Kill. Nein, 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 nein. Warte, ich geh rein und dann streamen. Ich geh rein und dann streamen. Oh, ja. Oh. Wirklich? Oh. Ja. Easy. Ich hab gerade reingeschrieben. Easy. Ja, schreib mal. Easy money. Oder spielen die noch nicht zusammen? Das ist die Frage. Ach, Digga. Mann. Alter, ihr seid solche Idioten. Oh Mann, jetzt hab ich bei Stylus geschrieben. Easy, Alter. Aber wir haben gar nicht gegen die gespielt, Mann. Das war Diki oder so. Ey, ich schwöre, was seid ihr für Knecht im Chat. Ganz ehrlich. Junge, Alter. Ohne Mist. Bei mir ist einfach einer. Ey, ich raste so aus. Ich raste so aus. Ich raste so aus. Ich raste so aus. Ja, warte, hier muss irgendwo einer sein. Oh, Lodi. Vielleicht hab ich ihn. God's Plan. Ach, hier. Auf unserer Seite, Digga. Du bist doch auf der anderen Seite irgendwo in Polen. Ommi, ommi. Ich bin der Boss. Ich bin der Beste drin. Ich bin der Allerbeste. Warst du von Bungas raus einer? Mit? In die Sicherheit. Über euch. Über euch landen die. Hinter euch hier. Auf grün, auf grün. Zwarf nach. Sehen, 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 sehen. One Shot. Nein, ich bin stunned. Deject, deject. Lass die bleiben. Oh fuck. Wo sind die? Aus dem Dach, Swig. Einfach von hinten. Ich renne gerade im Tod. Ey! Einfach von hinten. Dünn auf meinen Nacken, wenn du einen Sieg holst, Carlo. Woher weiß der das denn? Das war das Ende von Warzone 1. Geil. Schade. Schade, schade, schade.